Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video und herzlich Willkommen zu meinem ersten gleiche Cover-Video, weil ich hatte euch schon vorgewarnt, bei meinem letzten Deutsch vs. Englisch-Video, dass ich eine Video-Idee habe, dass ich eine Video-Idee habe, bei der ich gerne gleiche Cover oder sehr, sehr, sehr ähnliche Cover miteinander vergleichen wollen würde. Und dabei ist natürlich sehr wichtig, welches Cover war zuerst da und ich habe mich hier an das Allwissen der Amazon gewandt, diese Informationen. Also sollte irgendwas nicht stimmen, dann korrigiert mich bitte. Und außerdem hoffe ich, dass euch noch weitere Titel einfallen, weil ich plane, eine längere Reihe zu machen. Allein die Bücher, die ich auf meinen Zetteln notiert habe, das sind einige. Also ich habe hier noch Stoff für mindestens drei Videos und ja, ich würde sagen, ich erkläre gar nicht viel, um was es geht. Wie gesagt, falls euch noch Titel einfallen, die ich vergessen haben sollte, schreibt es in die Kommentare. Ich habe auch schon ein paar von euren Forschlingen hier mit reingenommen. Und ich würde sagen, wir starten direkt und zwar mit dem ersten Buch, das wir so als letztes auf meinem Kanal besprochen haben. Und zwar ist es ein Haus aus Salz und Tränen. Und da hatte ich euch ja schon in meinem Video gesagt, irgendwie kommt mir die alte bekannt vor. Und ja, danke euch. Und das waren so viele, die mir geschrieben haben, darum möchte ich jetzt hier nicht alle einzeln aufzählen. Aber ihr habt mir alle geschrieben, das ist die gleiche wie von Hasch. Und ja, das ist die gleiche wie von Hasch. Die haben die gleiche genommen. Also Hasch kam im Februar 2021 raus und Haus aus Salz der Tränen im April 2021. Ich finde es ja immer lustig, das werden wir auch noch später sehen. Ich meine, es kann ja passieren, dass das gleiche Bild verwendet wird. Die werden ja alle von so Stockfotoseiten verwendet, diese Bilder. Die werden ja im seltensten Fall extra für einen Buchtitel gemacht. Und es kann ja durchaus passieren, dass man ja mal aus Versehen das gleiche Bild hernimmt, weil es vielleicht passend ist. Allerdings finde ich es jetzt nach der Recherche so interessant zu sehen, dass meistens nur wenige Monate zwischen dem Erscheinen der jeweiligen Bücher mit demselben Bildern auf dem Cover liegen oder dass oft, also es kam jetzt auch echt oft vor, dass teilweise sogar der Vorname der Autorin oder des Autors derselbe war. Wo ich mir dann auch dachte, hmm, versucht man hier irgendwas abzugreifen. Weil ich meine, wir kennen alle nach Jojo Mois ihrem Erfolg, wie alle Cover aus der Sparte so ähnlich waren wie die Jojo Mois Bücher. Oder wo war das noch so krass? Mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel ein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, schaut euch den Lyx-Verlag an. So, das sieht alles gleich aus. Also man geht schon immer mit Hypes mit, aber das wollen wir jetzt hier nicht bespielen, sondern wir gehen jetzt wirklich auf sowas wie hier. Also ja, das Mädchen ist wirklich, das ist eins zu eins dasselbe. Nur, dass sie bei dem einen Cover eben, dass sie noch ein paar Haare mehr oder beim anderen wegretuschiert worden sind. Aber ihr habt das richtig erfasst, das ist das gleiche Mädchen. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Dann haben wir einen weiteren Kandidaten hier. Und das ist mir aufgefallen, weil ich das Buch auf Goodreads vorgeschlagen bekommen habe. Und das andere habe ich gerade gelesen. Und zwar ist das eine, Cinderella is Dead. Und das habe ich auch hier, das habe ich erst letzten Monat gelesen. Das andere Buch wurde mir auf Goodreads vorgeschlagen. So, das könnte dir auch gefallen. Und ich dachte erst, das wäre wie so ein zweiter Teil von Cinderella is Dead oder von derselben Autorin. Auf dem zweiten Cover der Autorin ist ebenfalls eine dunkelhäutige Frau. Und dann dachte ich mir, hm, das ist so ihr Schema. Und dann dachte ich mir so, nee, halt, das ist eine andere Autorin. Und das ist auch ein anderes Bild. Weil bei Cinderella is Dead haben wir ja eine Illustration von einem Mädchen. Allerdings beim zweiten Buch, White Smoke von Tiffany D. Jackson, das ist eine Fotografie. Aber es tut mir leid, obwohl das eine eine Fotografie ist und das andere eine Illustration. Das ist doch dasselbe Mädchen. Oder bin ich jetzt doof? Also mir scheint es so, als wäre die von Cinderella is Dead, als hätte die Künstlerin das Bild von White Smoke als Vorlage genommen, als Referenz für ihre Illustration. Weil irgendwie die Haltung des Mädchens, die Lippen, klar, die Frisur, aber auch die Nase, die Augen. Es ist alles dasselbe. Und hier ist es so, tatsächlich, dass Cinderella is Dead zuerst rauskam im August 2020. Und White Smoke ist im April 2021 erschienen. Aber das heißt ja natürlich nicht, dass das Bild von White Smoke erst da entstanden ist. Also ich gehe davon aus, dass hier sich die Künstlerin, die Illustratorin, dass sie das Bild von White Smoke als Referenz genutzt hat für ihre Illustration. Und ja, die von White Smoke wahrscheinlich haben aufgrund des Hypes zu Cinderella is Dead dann dieses Foto genommen. Keine Ahnung, aber für mich ist das dieselbe Person. Also ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Dann haben wir ein Buch von Laura Kneidle. Und zwar ist das Light and Darkness. Das Buch habe ich schon öfter gesehen. Ich kenne die Reihe, ich habe sie noch nicht gelesen. Allerdings kam die mir schon immer so bekannt vor. Und ja, es ist halt das gleiche Bild wie von Breathe, von Sarah Crossan. Also das sind einfach, das sind wirklich dieselben. Ich habe auch rangezoomt, wie ihr es mir genauer rangeguckt. Es sind dieselben, nur dass sie halt bei Light and Darkness anders gespiegelt sind als bei Breathe. Hier, und hier ist es tatsächlich so, dass Breathe im Januar 2015 rausgekommen ist und Light and Darkness von Laura Kneidle im Juli 2016. Und das Buch ist bei Carlson damals rausgekommen. Ich weiß nicht, ob das zuerst auch bei Impress war. Aber ich spoiler schon mal, wir werden auch den einen oder anderen Kandidaten von Impress hier dabei haben. Ähm, beziehungsweise Carlson, es gehört ja alles zu Carlson. Also, entweder investieren die nicht viel in ihre Kassel. Ich meine, gut, gut macht auch Sinn. Ich meine, Impress ist ja das kleinere, für unbekanntere Autoren, wo natürlich nicht so viel Geld investiert wird, als jetzt für Bücher, die unter Carlson direkt rauskommen. Also, völlig klar. Allerdings heißt ja günstig nicht trotzdem gleich nachmachen. Ähm, ja, also, Impress ist da im Laufe der Recherche immer wieder mal negativ aufgefallen. Will ich nur mal nur anmerken. Aber gut, das ist auf jeden Fall auch das gleiche Stock-Bild. Ich muss sagen, ich finde aber trotzdem ist Light and Darkness schöner geworden als Breathe. Also, mich hätte jetzt Light and Darkness mehr angesprochen. Wobei ich immer diese Blümchen, ähm, bin ich nie ein Fan von. Aber, ja, hier war Breathe zuerst da. Und zwar haben wir jetzt was richtig Interessantes. Und zwar wurde hier nicht nur das deutsche, sondern auch das englische Cover nachgemacht. Ich fange aber mit dem Deutschen an. Und zwar, ich fürchte mich nicht, von Tara Murphy. Ähm, kam im Juli 2014 raus. Ich liebe das deutsche Cover. Ich finde das wunder, wunder, wunderschön. Allerdings wurde diese wunder, wunderschöne Dame auf diesem Bild schon einmal verwendet. Im Amerikanischen oder im Englischen. Carrier of the Mark von Lee Falton. Ich kann meine Englischen Schrift nicht lesen. Felton. Falton. Es ist die gleiche. Und es ist eine Dialogie. Und auf dem zweiten Band ist auch die gleiche Frau drauf. Nur in einer anderen Farbe. Und das kam schon drei Jahre vorher, im Oktober 2011, raus. Ich meine, da finde ich es okay. Also, ich finde es, was heißt, okay. Es ist schon doof, dass das gleiche Cover verwendet wurde. Wobei ich trotzdem froh darüber bin, dass die Deutschen ihr eigenes genommen haben. Weil ich das Deutsche schöner finde als das Englische. Und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn ein englisches Cover, äh, als ein englisches Buch das gleiche Cover hat wie ein deutsches. Weil es ist ja eigentlich eine unterschiedliche Zielgruppe. Und, ähm, ja. Ich meine, man kann ja... Ich meine, die Welt ist groß. So. Man kann ja nicht auf jeden Markt achten. Also ich finde es schlimmer, wenn Deutsche sich dann gegenseitig kopieren. Ähm, und nur wenige Monate zwischen den Erscheinungsterminen auseinander liegen. Als, dass jetzt ein, ähm, dass jetzt die Deutschen von Terra, äh, für Ich fürchte mich nicht, ein Bild genommen haben, was bereits das Cover eines Buches aus einem drei Jahre älteren Buch geziert hat. So, wisst ihr, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich wollte es natürlich trotzdem hier reinbringen. Und gehen wir doch mal zu dem, zu der englischen Variante, zu Shatter Me. Und Shatter Me habe ich immer... Also ich hatte immer Probleme mit Shatter Me, weil es mich... Weil ich immer verwirrt war. Weil mich hat das Cover immer so verwirrt. Weil ich hatte halt zu Hause das Buch Fillory von Liv Grossman. Das, ähm, ein Jahr später erschienen ist. Also, ähm, Fillory von Liv Grossman wurde, ähm, im November 2013 rausgebracht. Und Shatter Me, äh, diese Ausgabe wurde im Oktober 2012 rausgebracht. Aber die sind sich so ähnlich, es sind nicht die gleichen, aber die sind sich so ähnlich, dass ich sie in meinem Kopf immer verwechselt habe. Ich habe nachher noch ein Buch, das ich in meinem Kopf immer verwechselt habe. Weil ich dachte immer, das wäre das gleiche Buch. Und, ähm, da habe ich dann nie dazu gegriffen. Und habe dann auch zu lange gebraucht, um zu realisieren, dass es nicht das gleiche ist und auch nicht miteinander zusammenhängt. Ähm, schaut mal in die Kommentare, ob euch das auch so krass verwirrt, wenn Cover sich so ähnlich sind. Und ich habe das nämlich auch so gehabt bei dem Buch von Tami Fischer, Sinking Ships und Show Me the Stars von Kira Moon. Das hat mich so verwirrt, dieses Cover, weil ich habe es nie geblickt, dass das zwei verschiedene Bücher sind. Ich meine, klar, ich kenne ja Tami und ich weiß, dass sie ein Buch rausgebracht hat, dass es ihr Buch ist, so. Aber für mich ist das Buch von Kira Licht, äh, Kira Moon, warum sage ich Kira Licht, von Kira Moon, total untergegangen. Weil immer, wenn ich das so von Weitem gesehen habe, ich hätte es halt nie in die Hand genommen, weil ich halt gedacht hätte, okay, das ist Tami's Buch, so möchte ich jetzt nicht lesen. Ähm, aber ich hätte nicht darüber nachgedacht, dass das ein anderes Buch von einer anderen Autorin ist, weil die Cover einfach so gleich sind. und für mich war das halt immer dasselbe Buch. Und ich habe auch voll oft das Buch von Kira von Weitem gesehen und ich dachte immer, das war Tami's Buch. Also, versteht ihr, wie ich meine? Tami hat ihr Buch im November 2019 herausgebracht. Kira Moon, ihr Buch kam auch im 2019 raus, allerdings schon im Juli, also ein halbes Jahr vorher, beziehungsweise ein halbes Jahr, vier Monate vorher, vier Monate vor Tami's Reihe kam Kira's Buch. Und ich finde das super schade, weil ich finde, so fressen sich Bücher einfach gegenseitig auf. Das ist zwar nicht exakt das gleiche Cover, ich muss sagen, ich finde hier das von Kira Moon schöner, sieht irgendwie ein bisschen hochwertiger aus. Ähm, und bei Tami passt es ja auch in ihre Reihe, da ist alles so mit Bergen und Steinen und Wasser, also alles so, nicht Elemente, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ich finde trotzdem, so war, also es ist sich einfach so ähnlich, es ist so nah beieinander erschienen. Das tut sich meiner Meinung nach nicht gegenseitig gut, aber ich bin gespannt auf eure Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Dann hat mir die liebe Giselle Jenner, vielen Dank für deinen Kommentar, auch ein Buch empfohlen. Und zwar bleiben wir bei deutschen Autoren. Wir haben zum einen Spiegelsplitter von Ava Reed und zum anderen haben wir lautlos von Kiela Stories. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Spiegelsplitter haben, glaube ich, alle schon von uns mal gesehen und wenn ich es jetzt gerade durch im Kopf habe, ist das auch ein Impress-Titel. Also, Impress! Also, ich habe so viele Bücher von Impress hier auf meinem Zettel. Es tut mir leid, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich kenne kein schönes Cover von Impress. Ich finde Dark Diamond noch schlimmer, weil die sehen alles so trashig aus. Aber ich finde auch die Impress-Cover nicht hübsch. Also, da ist vielleicht mal ein, zwei dabei, die echt hübsch sind. Aber die haben generell immer komische Menschen auf ihren Covern und immer irgendwie so gewollt und nicht gekonnt. Weiß ich nicht. Also, ich habe auch kein Buch hier von Impress, aber die, die ich jetzt so spontan im Kopf habe, gefallen mir irgendwie alle nicht. Auf jeden Fall Spiegelsplitter von Ava Reed und lautlos. Und ja, lautlos kam schon im August 2015 raus und Spiegelsplitter ebenfalls 2015 im Oktober. Zwei Monate später. Zwei Monate später. Das ist schon hart. Also, das ist schon, also es ist auf beides im deutschen Markt. Und ich bin der festen Überzeugung. Klar, es kann passieren, aber nicht so kurz hintereinander. Und wenn ich in der Buchbranche arbeite, dann muss ich wissen, was die anderen auch machen. So, also ich habe eine Agentur, bei der ich Influencer manage. Betreue, mich um viele Dinge kümmere. Ich habe Brands, bei denen ich mich um deren Kampagnen kümmere. Und ich muss doch wissen, und erkundige mich auch, was machen denn die anderen? Mit welchen Marken arbeiten die anderen? Wie sehen die Kampagnen der anderen aus, im Vergleich zu unseren Kampagnen? Wie unterscheidet sich der Content? Und so weiter und so weiter. Also man muss, wenn man in einer bestimmten Branche ist, wissen, was die anderen machen, rausbringen, produzieren. Ich kann auch nicht mit einem meiner Künstler ein Produkt rausbringen, planen, ohne vorher zu schauen, okay, du willst jetzt ein eigenes Parfum rausbringen. Dann schauen wir doch mal, was andere Creator aus deinem Bereich für Parfums konzipiert und entwickelt und rausgebracht haben. Also man muss doch so ein bisschen sich umschauen. Wisst ihr, was ich meine? Und darum habe ich da kein Verständnis. Ich habe mehr Verständnis, wenn es dann Deutsch und Englisch ist oder wenn mehrere Jahre dazwischen liegen, weil hey, komm, kann keiner wissen. Aber so spätestens derjenige, der das Buch abnimmt, sollte halt wissen, was abgeht. Vor allem, es sind beides Jugendbücher. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ganz wichtig, die Autoren können nichts dafür. Außer es ist ein Self-Publisher. Aber ein Autor hat im Grunde genommen nichts zu melden, wenn es ums Cover geht. Und ich weiß es von vielen Autoren aus Deutschland, wo große Probleme haben mit den Covern, die für ihr Buch gewählt wird, weil sie das selber niemals entschieden hätten oder niemals dieses Cover genommen hätten, die selber auch sehr unzufrieden sind mit ihrem Cover, mit der Wahl. Also da entscheidet der Verlag. Weil der Verlag meint es ja immer besser zu wissen, weil sie ihre Zielgruppenanalysen haben und ihre Marketingprofis und die Designer, die das Ganze dann konzipieren. Also da hat der Autor nichts zu melden. Darum bitte von diesem Video, das geht gegen keinen Autoren was. Also ich möchte hiermit nicht sagen, hey, zum Beispiel, Ava hat das Cover nachgemacht. Nein, sie kann da überhaupt nichts dafür, wir dürfen niemals die Autoren, außer es ist ein Self-Publisher, der selber dafür verantwortlich ist, dafür angehen. Okay, also das ist ganz wichtig anzumerken und das solltet ihr euch auch bitte im Kopf behalten. Das soll nicht böse gemeint sein gegenüber den Autoren, weil der Autor geht nicht zum Verlag, um sich dann um alles kümmern zu müssen, sondern man geht zum Verlag, weil man sich ja in professionelle Hände begeben möchte, weil man eben die Unterstützung des Verlages möchte. Dafür zahlt man mehr wie genug an einen Verlag, damit dieser sich um die PR kümmert, also um das ganze Marketing, darum, dass alles richtig kontrolliert wurde, dass ein schönes, hochwertiges Cover genommen wird, dass das Buch in den Verkauf kommt, dass viele Leute es sehen und kaufen. Also dafür geht man ja zu einem Verlag, dafür bezahlt man auch einen Verlag und ich erwarte dann von einem Verlag, dass so etwas eigentlich nicht passieren sollte. Es kann passieren, das ist auch nicht schlimm, aber da arbeiten mehrere Leute dran, wo mindestens einer merken sollte, hm, gucken wir lieber nochmal. Genau, also wir haben aber nochmal Spiegelsplitter, beziehungsweise Spiegelstaub, den zweiten Band, weil auch der wurde leider nachgemacht. Und zwar ist mir das dann auch aufgefallen, als ich Spiegelsplitter gesehen habe, habe ich dann den zweiten Band angeguckt, glaube ich, das gleiche covered. Ich so, oh nee, aber der Typ kommt mir bekannt vor, weil ich hatte das Buch hier und machte das Buch damals super gerne. Mein Herz zwischen den Zeilen von Judy Picoult. Picoult? Ja, ihr kennt das Buch. Super süße Geschichte, echt toll geschrieben und auch das ist nachgemacht. Und sorry, Mein Herz zwischen den Zeilen war so bekannt und so ein krasser Bestseller. Und ich finde, da sollte es schon auffallen. Und da bringt es nichts, wenn man einfach nur das ganze Spiegel verkehrt macht. Mein Herz zwischen den Zeilen kam im Juli 2013, im deutschen Markt raus. Spiegelstoff von Ava Reed im April 2016. Schade, dass beide Titel kein eigenes so Kamera bekommen haben. Sehr, sehr, sehr schade. Aber ja, also da wurde nicht nur beim ersten, sondern auch beim zweiten nachgemacht. Auch interessant fand ich, und da war ich total schockiert, als ich das gesehen habe, wir kennen sicherlich alle die Gabe der Auserwählten von Mary Pearson und wir lieben ja die Cover von Die Gabe der Auserwählten Reihe. Also es ist ja wirklich jedes von den vier Büchern. Wir reden nicht drüber, dass es schon eh so eine freche Geldmacherei ist, dass sie den dritten Band in Deutschland in zwei geteilt haben. Ich komme nicht drüber hinweg. Nein, sondern das ist noch nicht mal das, also man darf sie noch nicht mal eigentlich dafür loben, für das Cover, weil das ist gar nicht den ihr Cover. Jetzt haltet euch fest, was ich bei meinen Recherchen rausgefunden habe. Das Cover von Die Gabe der Auserwählten, das ist ursprünglich das Cover von Regina Meisner. Und zwar kam das Ganze schon zwei Jahre vorher raus. Seduktio-Trilogie von Regina Meisner. Ich kenne die Reihe nicht, ich habe sie nicht. Ich habe das auch zufällig entdeckt. Regina Meisner hat das Buch im September 2015 rausgebracht. Die Gabe der Auserwählten, mit derselben Frau drauf, kam im Oktober 2017 raus. So krass, oder? Aber ich glaube, sie hat das als Self-Publisherin rausgebracht. Und ich finde, irgendwo ist es dann schon so eine Ehre, dass dann so ein großer Verlag das für die Gabe der Auserwählten nimmt. Also mega interessant, diese Entdeckung. Was haben wir hier noch? Was haben wir? Oh Gott, ich habe echt noch einiges. Aber ich glaube, wir machen jetzt zum Abschluss nur noch einen Titel. Und dann würde ich sagen, würde es einen zweiten Teil geben. Wenn ihr möchtet, bewertet das Video. Und zwar habe ich zum Schluss ein Quartett. Ein Quartett der Damen. Und zwar wurde hier nämlich die gleiche Dame für vier Bücher verwendet. Zum einen haben wir Spinnentanz von Jennifer Estep. Der Kuss der Göttin von April Lynn Pike. Hexengesicht von Heike Schulz. Und Shadow Guard von Kim Lennox. Ich muss an dieser Stelle aber anmerken, dass mittlerweile lustigerweise alle vier ein anderes Cover haben. Nachdem alle vier dasselbe haben, haben die mittlerweile alle ein anderes Cover. Also das muss man auch an dieser Stelle dazu sagen. Das wurde geändert. Das älteste Buch ist Hexengesicht von Heike Schulz. Das war zuerst da. Und ganz zuletzt kam Spinnentanz von Jennifer Estep. Und auch die Bücher von Jennifer Estep, das ist nicht das Einzige, was schon nachgemacht wurde. Aber dazu mehr im nächsten Teil. Kuss der Göttin und Shadow Guard kamen ungefähr zeitgleich raus. Das eine der Kuss der Göttin im September 2013 und Shadow Guard im November 2013. Aber ja, krass, oder? Viermal die gleiche Frau, die das Bild hat wahrscheinlich gut Geld eingebracht. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das sind so die Bücher, die ich euch gerne in dem ersten Teil vorstellen wollte. Ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Ich finde immer sowas voll interessant und spannend und mir macht es dann Spaß, sowas zu entdecken. Und ich hoffe, dass noch ganz viele Vorschläge von euch kommen und diese werde ich dann auch in meinen nächsten Videos mit einbinden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!